Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Sie ist zwar keine Soldatin, aber sie macht einen verdammt guten Job Seit wann respektierst du den Vorgesetzten? Tja, weißt du, das hier ist was anderes Ach scheiße, ich muss dir versprechen, keinem was zu sagen Naja, technisch gesehen habe ich mein Wort gehalten, oder? Okay Info download Energie-Signatur-Analyse Hohes Risiko Gehebungs-Energie Ja System gestört So viel funktionieren Was ist denn was? Seh dir das an, direkt aus den Skinlaboren Experimentelle Nanotech Manus war upgrade geoutet Sofort integriert Ich hoffe, das ist es wert Haben wir auf jeden Fall ein upgrade Für unsere Hand Da ist er Der Liberty Dome Eine riesige verschwätzte Achselhöhle Das merkst du in diesem Anzug zwar nicht, aber hier drin ist es wärmer als in einer Sauna Boah Sieht hier schmerzlich aus Hat sich viel geändert Doch hat alles angefangen Die Leute haben von Cell billige Energie gekriegt Cell hat die Energie umsonst bereitgestellt Da konnte niemand mithalten Wenig später Sie hatten doch wohl Dann haben sie die Preise erhöht Und als die Leute dann hoch verschuldet waren Hat Cell sie in die Freie geklagt Als Sklaventreiber Vorsicht Minenfeld Cell benutzt intelligente Munition Die explodiert nur bei Feinden Wie uns Greif mit deinem Anzug auf die Minen zu Schalt sie ab Das müsste reichen Komm schon Auf jeden Fall grafisch Schon ziemlich krass Nichts Nur eine Überspannung Dann ist hier im Schlag Pinger Okay Und unser Unser Anzug Geht schon wieder Brauchst du Hilfe Einfach Das ist auf jeden Fall wieder Wenn man sich nicht Jetzt sehr groß vorher mit dem alten Teil gefasst hat Eine doch sehr Auf komplex getrimmte Stimmung hier Und auch Auf komplex getrimmte Stimmung Aufpassen Ist du okay? Hier ist nichts Da Todesmahl Wenn's dich sieht bist du erledigt Zeug Komm zurück Was sie auch gefunden haben Es ist tot Wo ist die Station 34 der Straße? Ein paar Klicks Aber wir müssen erst die Todeszone umgehen Nein Zell kommt näher Keine Zeit zum umgehen Todesradius und Kadenz sind in einem vertretbaren Bereich Wir können einfach durchgehen Hört ihr das ihr Schweine? Ja Ich mach euch alle fertig Kommt schon Schaut euch doch her Bist du verrückt? Die Geschütze machen dich fertig Ah Verstehst du's langsam? Die haben meinen Nano-Suit-Profit Ich bin ein Mensch Ein Mensch? Weißt du was ich geopfert habe Um die Zef zu stoppen? Wie krieg ich das je zurück? Scheiße Wie sieht dein Plan aus? Unterstützung Ziel erfassen und zerstören Aufklärung Du machst den lustigen Teil Das ist nicht der Psycho den ich kannte Die Dinge ändern sich Okay So sieht's aus Ich gebe die Position durch Sobald ich sie sehe Wie die hier in Sektor 1 Delta 0 Das sind potenzielle Lager Unser Primärziel ist Turm 3 Delta 3 Sobald du die Hardware hast Stellen wir den Bastard kalt Erstmal gerade schauen Was wir da noch bekommen haben Intelligentes Munitionssystem Das hatten wir ja mehr oder weniger schon Ich glaube den großen haben wir schon gesehen Ich weiß gar nicht 1 Delta 3 Sieht gut aus Was das sein sollte Klar kann Da Sektor 1 Delta 0 Komm schon Ich werde da irgendwie mit dem Wiese Sektor 1 Delta 2 Ich hab hier was Waffe Ich konnte euch von dem Turmkern halten Ich dachte das wäre klar Das war's Packen wir unsere Sachen Und nehmen uns den nächsten Sektor vor Und dann nehmen uns den nächsten Sektor vor Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt gehen wir das Hidungs ja immer direkt. Ja, es gibt nichts. Das ist wohl ein No-Go. Ah, keine Ahnung. Scheiße. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Die Ahnung, keine Ahnung. Oh Gott, das Teil ist direkt neben uns. Lager ist ein No-Go. Sektor 1, Delta 6 priorisieren. Starker Gegner. Lager ist ein No-Go. Sektor 1, Delta 6 priorisieren. Lager ist ein No-Go. 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 Folge von Let's Play Crisis 3.